Ein weiterer verschlafener Morgen in meiner Irrenhauszelle. Ja, der Kuchen von meinen Verwandten, den sie mir beim letzten Besuch mitgebracht haben. Mein komplett vermodertes Zimmer. Die Algen wachsen hier schon komplett durch. Spinnenweben ohne Ende. Und mein ganz behagliches Bett. Eine ganz kleine Pritsche. Hallo zum Abo-Special. 100 Abonnenten hieß es heute Morgen. Selber habe ich davon erst in der Schule erfahren, als man mir sagte, ey, du hast 100 Abonnenten. Habe mich natürlich direkt riesig gefreut und kann gar nicht oft genug Danke sagen. Dadurch habe ich jetzt hier einfach mal so etwas Kleines gebaut und werde euch jetzt in diesem kleinen Video mal hier so ein bisschen rumführen. Im Hintergrund hört ihr vielleicht ein Veed, was euch bekannt vorkommt. Das ist die Playlist von Minecraft, die wir auch im Let's Play nutzen werden. Ja, das hier ist meine Irrenhausansch. Also meine kleine Zelle. Gummizelle. Und da unten seht ihr schon was. Ich will nicht zu viel zeigen. Ich verlasse hier mal meine Irrenhausbude. Was machst du denn da? Komm her. Ja, hier so viel Freiraum gibt man mir. Mehr nicht, weil ich eine Gefahr für die Gesellschaft bin anscheinend. Wir sind im Creative Mode. Ich fliege mal nach da und ihr seht es schon. Erstmal gehe ich auf das linke ein. Da habe ich mir einfach mal den Spaß gemacht und LP aus Lava zu schreiben. Mit Glas natürlich. Und ihr seht, hier sind nicht gerade wenig Tiere. Die habe ich alle mit der Pre-Release zusammengebracht. Und dann einfach alle schön für Nachwuchs sorgen lassen. Und dann seht ihr ja, was hier passiert ist. Können ja mal alle hier scheren. Und uns mal ein bisschen Spaß machen. Äh, nee, scheren? Sollen wir sie scheren oder anzünden? Nein, keine Tierquälerei. Schere. Hallo? Schere? So. Hallo? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Zack, zack. Schere, schere. Noch jemand? Schafis. Zack, zack. Einsammeln braucht man die Wolle nicht. Die wird nicht wichtig sein. Yay. Schafe, schafe, schafe. Wo seid ihr? Zack, zack, zack. Dam, dam, dam. Ich habe gerade den Minecraft-Sound aus. Nur damit man die Musik im Hintergrund ein bisschen ordentlicher hört. So, ihr werdet alle ran müssen. Komm, noch jemand? Okay, wir haben alle. Und jetzt kommt das, was ich mir hauptsächlich gebaut habe. Ich schätze, jeder kann es lesen. Danke an 100 Abonnenten. Das war eigentlich immer mein Ziel bei YouTube. Einfach mal als ganz kleiner Let's Player 100 Abos schaffen. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Ich finde es super. Ich kann mich gar nicht genug bedanken bei euch. Ja, jetzt zeige ich euch hier gerade die Map. Sieht auch ganz schön aus. Also, dass das wirklich funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Bin jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr dabei. Halbes Jahr, 100 Stück. Das finde ich okay. Bin ja jetzt nicht das Riesentalent. Aber ich finde es gut, dass ihr mir immer bei der Stange geblieben seid. Speziell die Leute, die mir ja fast unter jedes Video schon mal was drunter schreiben. Ja, das NPC-Dorf hier, was ihr seht. Da waren auch bei der 1.9 Pre-Release mal Leute drin. Also, NPCs nur. Hier ist ein kleines Feuer ausgebrochen. Ja, mehr ist ja auch nicht zu sehen. Deswegen können wir auch eigentlich wieder zurückdampfen zu unserem normalen Grundstück. Ja, ich schätze, heute ist Montag. Ne, heute ist Dienstag, der 15.11. Heute habe ich die 100 Abonnenten geknackt. Frisch aufgenommen, also. Werde ich auch gleich hochladen. Ich schätze, ein paar Leute werden mich mit einem Kommentar noch glücklich schätzen zu wissen. Ja, was soll ich noch groß sagen? Also, danke, danke, danke dafür. Da könnt ihr euch das nochmal ansehen. 100 Abonnenten. Also, ich finde das schon eine ganz ordentliche Zahl. Ja, wie geht es weiter? Das ist das Texture Pack, was wir im LP bei Minecraft benutzen werden, ab Donnerstag. Ich kann ja mal hier eben so zeigen, wie es aussieht. Eine Mischung aus Missa und Gronkh. Hier zum Beispiel, das ist Gronkh, alles so. Das ist Missa, so. Ist eine Mischung aus beidem. Ja, was kann man sonst noch groß jetzt sagen? Hier die Tiere, die kann man eigentlich alle mal, ne? Wie heißt das hier so schön? Damit die mal wegkommen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Also, ihr habt euren Job geleistet. Am Anfang wollte ich eigentlich genau 100 Tiere hierhin, äh, also hier, äh, wachsen lassen, also leben lassen. Und dann das als 100 Abonnenten darstellen. Aber so ganz 100 sind es wohl doch nicht geworden. Oh, jetzt käme ich hier überall da drauf. Okay, meine Tierschen sind auf jeden Fall jetzt alle tot. Ach, das ist auch nicht schlimm. Oh, jetzt brennt da schon der Zaun. Ach, egal. Auf jeden Fall. Danke, danke, danke für 100 Abonnenten. Ich weiß echt nicht, deswegen ist auch da gerade sehr charakter, das Ganze. Aber ich weiß einfach nicht, was man da sagen soll. Mehr als danke kann man nicht sagen. Ich werde weitermachen. Natürlich werde ich jetzt nicht aufhören. Ich freue mich für jeden Kommentar unter jedem Video. Ach, jetzt ist auch schon das nächste Lied. Danke, Freunde, danke für 100 Abonnenten. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Wahrscheinlich bis zum Donnerstag, wenn Minecraft rauskommt. Und Tschüss. мой Auftrag vonce Tschüss. Szö lite. Vielen Dank.